So ihr Lieben, es geht weiter. Pumpe übergeben. Ja, jetzt sind wir nah genug dran. Ich beginne jetzt mit dem Abpumpen auf der Segeljacht. Halt das Schiff so. Jawa, ich geb mir Mühe. So, bin drüben. Los geht's. Ich bringe den Schlauch aus und prüfe die Schäden. So. Fertig. Es war kein allzu großes Leck. Ich konnte es reparieren. Das Schiff sieht innen nicht so schlimm aus, wie ich gedacht habe. Aber wie es zum Brand kam, ist mir ein Rätsel. Wir müssen das Schiff nach Helgoland bringen. Dort kann sich ein Gutachter den Schaden ansehen. Ich bleibe hier und du musst eine Leine auf die Segeljacht werfen. Ja, oder? Schalte im Kameramenü in den Ego-Modus um. Alternativ kannst du dafür auch die F11-Taste drücken. Nee, das machen wir nicht. Gehe an die Rähling und drücke die rechte Maustaste, um eine Leine in die Hand zu nehmen. Dann heißt es, gut zielen. Drücke die linke Maustaste, um das Seil zu werfen. Du musst es auf die Segeljacht werfen, damit ich sie anbringen kann. Keine Sorge. Du hast beliebig viele Versuche. Hast du die Jacht getroffen, musst du das andere Ende des Seils mit einem Klick an einem Poller der Marwede befestigen. Und denk dran, wenn du zu weit weg bist, muss die Marwede erst näher an das Segelschiff heran manövriert werden. So, dann müssen wir uns mal gucken, wo ich da nur am besten rankomme. So mal. Ja! Sieht gut aus. Toll gemacht, Junge. Ich mache gleich die Leine fest und komme wieder rüber. Sehr gut. Ja, das ist gut, ne? Pete, da steht völlig außer Frage. Du bist zum Seemann geboren. Einen besseren Rettungsmann wie dich könnte ich mir gar nicht wünschen. Ich weiß ja nicht. Los, lass uns das kranke Kind nach Hause bringen. Mit dem Steuern der Marwede bist du ohnehin bereits vertraut. Auf deiner Karte am unteren Bildschirmrand kannst du sehen, wo der Hafen von Helgoland ist. Folge einfach dem Pfeil am Außenrand der Karte. Zum einfachen Steuern kannst du wieder in die Orbiter-Kameraperspektive wechseln, wenn du möchtest. Ja, dann wollen wir nochmal wieder Richtung Heimat fahren, ne? Ja, Leute. Ihr macht das alle Goldmatch. So, ich konnte jetzt natürlich nicht so viel quatschen, weil ich denen natürlich sonst immer ins Wort gefallen wäre. Das heißt, wir müssen ja erstmal nur gucken, wie kann man mit dem Spielplan allen und nun fahren wir Richtung Heimat. Ja, und ihr könnt mir ja dann unter die Kommentare schreiben, wie euch das Spiel so gefallen hat bis jetzt. Dann schauen wir mal. So haben wir da vorne wieder die Rogue-Tonne. Da müssen wir genauso umzufahren. Piet, du solltest der Seenotleitung in Bremen Bescheid sagen, dass wir zurückkehren. Klicke dafür auf das Funkgerät am oberen Bildschirmrand. Dann muss ich das drüber. Da muss ich doch mal eben kurz gucken. Hier einmal CC Bremen. Was gibt's? Wir bringen den Havaristen nach Helgoland. Verstanden. Hermann Mawwede bringt gerade den Havaristen nach P3. P3 ist die Bezeichnung für unseren Liegeplatz auf unserer Station. Gut gemacht, Piet. Joa. So. So schwer, Verhandlung. Oder? Na ja, Landraten waren die alle seefest. I hope so. Joa. Ihr seht jetzt schon den Hafen von Helgoland. Da haben wir dann gleich einen. So, hier müssen wir gleich immer schon vorsichtig fahren, dass wir hier keinen Schrott machen. Nee, kein Schrott. Bravo. Das ist er. Das ist mein Junge. Ein Seenotretter, wie er im Buche steht. Ob Sturm uns bedroht hoch vom Norden, ob Heimweh im Herzen uns brennt, wir sind Kameraden geworden, nicht tot und verderben uns trennt. Ha 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 ha. Piet, daran gibt es keinen Zweifel. Du bist mit Haut und Haar ein Seenotretter. Jonne hatte recht. Wie immer. Es gab kein Zurück mehr. Ich wusste, dass ich genau das werden wollte. Ein Seenotretter. Joa. Da ging er nun schnell. Einsatz erfolgreich, nee? und söngen beide. Mal gucken. So, dann müssen wir nun Spielstarten klicken. Ja, Leute, ihr habt das Turital gesehen. Sollen wir auf dem Nordsee bleiben? Joa, nee. Muck wiederat mal klar. Sollen wir jetzt noch einen kompletten Einsatz fahren? Joa, äh, ja, bei 5 Minuten. Mal los. Das haben wir einen Tonnen Schubs her. Scheiße. Hier liegen flach der Klucken viel und ist für wahr kein Kinderspiel bei dunkler Nacht zu streiten. Das wusste schon der Olle Eckermann, mein guter Piet. Wenn du Seemann in Helgoland bleiben willst, dann musst du deine Seen in- und auswendig lernen. Sprüche und Weisheiten hatte er immer gerne auf den Lippen der Alte Jonne. Keiner kannte Helgolands See besser wie er. Und als er vor ein paar Jahren dann friedlich in seinem Häuschen auf Helgoland entschlummerte, entschied ich, seinen Platz einzunehmen. Ich wollte Helgoland kennenlernen. Seine See, seine Riffe, seine Gefahren. Helgoland. Diese weit in der deutschen Bucht liegende nördlichste deutsche Insel. 1100 Einwohner. Naturschutzgebiet. Ein Marine und ein Flughafen sowie das Verbot von Kraftfahrzeugen. Zwei Fußgängerampeln wegen der Flugzeuge. Helgoland. Das ist meine Insel. Hier bin ich Seenotritter. Erster Vormann der Hermann Marwede. Dem größten Seenotkreuzer der Welt. Unser Einsatzgebiet ist die Nordsee mit all ihren Schönheiten und Tücken. Wussten Sie zum Beispiel, dass sich der Wasserstand hier bei Flut um bis zu vier Meter erhöhen kann? Dabei erreicht sie Geschwindigkeiten von bis zu 20 Stundenkilometer. Tatsächlich sind Ebbe und Flut auf der Marwede aber häufig unsere Freunde. Glauben Sie nicht? Ich kann mich an einen ganz bestimmten Tag erinnern. Wir hatten Hochwasser. Mein Maschinist Arndt Holgersen und Rettungsmann Jaspers Trindberg räumen gerade das Frühstück weg, als der Funkspruch hereinkommt. Und eigentlich beginnt alles wie immer ganz harmlos. MRCC Bremen. Hier spricht Hermann Marwede. Wir haben Meldung von einem Lotsen bekommen. Er hat beobachtet, wie eine Motorjacht die Tonne N3 gerammt hat. Wir vermuten, die Yacht macht Wasser. Könnt ihr nachsehen? Aber sicher doch. Hermann Marwede ab P3. Auf euch ist Verlass. Sonst sollten wir uns mal drüben kümmern. Ja, das wäre der Mann nicht so ganz so schön. Das sehen wir machen wir den Baden. Wir laufen auch. Wir haben hier wieder die rote Tonne vorab garten. So, dann müssen wir mal gucken, welche Rechte wir einschlagen würden. Genau die. Weil wir raus müssen hier. Super. Das klappt ja heute wieder. So, und jetzt müssen wir gleich um die grüne Tonne umzugen. Ich weiß, dass wir noch nicht genau auf Kurs sind, aber das liegt halt daran, dass hier nachher irgendwie diese ganzen Inseln bedünnen umfahren müssen, dass wir einen Unfall bauen. So, wir könnten jetzt in einer sogenannten Zeitraffersulat ziehen. Nur fällig, dann kommt das nicht so wieder, oder? Wir müssen einmal im Prinzip ein bisschen um die Insel rum. Das ist gerade ein bisschen das Problem. Ich glaube, ich hätte auch anders umfangen. Das wäre schlauer gewesen. Na ja, schauen wir mal. aus. Oh ja, das ist Ja, so wirst du es. Oh, wie fahr ich denn? Ich bin total scheiße gefahren, glaube ich. Egal. Wir müssen jetzt um, um, zu. Ich glaube, ich hätte einfach mal andersrum abbiegen müssen. Okay. Aber aus vielen anderen lernt man nicht. Dafür sind wir das erste Mal hier am Boarder Hermann Marville. Und so genau kenne ich die Insel Helgolat ja nun nicht. Wenn ich jetzt, sage ich mal, auf links fahren würde, Lange oben, Spiegel oben, da weiß ich das ein bisschen besser beschreiben. Sieben. Ich bin mal gespannt, ob mir das Spiel das übernimmt. Aber ich hoffe mal nicht. Hier oben. Und die Flugschreißer sind auch wieder ganz schön am Gange hier. Scheiße, Polizei. Don't riddle, riddle, riddle. Ich glaube, man sollte dann besser am Anfang in der Suche nach. Ja, ich hätte einfach nur andersrum fahren müssen. Ich glaube, man sollte dann besser am Anfang in der Suche nach Ergo-Perspektive fahren. Ich glaube, das Ding ist nicht immer einfach. Ich glaube, er ist ja auch immer andersrum. Wäre einfacher gewesen. Okay. Ich gebe es dazu. Das ist aber nicht der Tonnenfugzer. Dafür sind wir zu groß, ne? Das hat man nicht. Aber jetzt fahren wir mal ein Riesen-Umbi. Null. Da kriegen wir alles hin. Eine Seehundbänke vorbei. Das ist gar nicht so schlecht. Heute ist alles viel schlimmer. So, ihr Lieben, wir befinden uns immer noch auf der Anfahrt und würde sagen, in der nächsten Folge seht ihr, wie es weitergeht. Ich werde dir wohl mal irgendwann ankommen. Jojo.